In unserer immer schneller werdenden Welt verlieren wir oft den Blick für das Wesentliche. Wir von Salus stehen seit mehr als einem Jahrhundert für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen im ganzheitlichen Sinn. Ein Arznei- oder Lebensmittel ist immer nur so gut wie die Rohstoffe, die es enthält. Deshalb verwenden wir keine Konservierungsstoffe, künstliche Aromen und gentechnisch veränderte landwirtschaftliche Rohstoffe. Viele unserer Heilpflanzen sind sehr selten. Deshalb nehmen wir Wildpflanzen in Kultur und bauen sie ökologisch an. Dabei erforschen und züchten wir auch neue Arten. In der wissenschaftlichen Abteilung entwickeln mehr als 50 Mitarbeitende das Sortiment von Salus und Schönenberger ständig weiter. In perfekter Symbiose von modernster Technologie und Pflanze. Alle Produkte werden nach strengen pharmazeutischen Herstellungsregeln produziert, damit sich die Kräfte der Natur optimal entfalten. Wenn die Ernte kommt, haben wir den Anbau und Kulturverlauf unserer Pflanzen über Monate lückenlos überwacht. Jetzt ist es Zeit, sorgfältig auszuwählen. Nur das Beste an Kräutern und Rohstoffen ist für uns gut genug. Und weil es um die Gesundheit geht, legen wir bei der Verarbeitung unserer Rohstoffe genauso strenge Maßstäbe an wie bei der Auswahl. Auf schonende Art holen wir das Beste aus der Pflanze. Indem wir möglichst alle Herstellungsschritte selbst in der Hand behalten, bürgen wir für höchste Qualität. Mit der Erfahrung aus über einem Jahrhundert entwickeln und produzieren wir innovative Rezepturen. Unser wichtigstes Rezept ist die schonende Behandlung und akribische Überwachung aller Rohstoffe. In jedem einzelnen Bearbeitungsschritt stellen wir sicher, dass alle wertvollen Inhaltsstoffe in unseren Produkten erhalten bleiben. Denn bei uns dient auch die modernste Technologie nur einem Ziel, den Wirkstoff der Pflanzen in seiner reinsten Form zu bewahren. Damit die heilenden Kräfte der Natur wirklich bei den Menschen ankommen. Ganze Abteilungen bei uns im Haus prüfen, prüfen, prüfen. Ob Tonika oder Tees, ob Heilpflanzensäfte oder Öle. 907 Produkte im In- und Ausland. Doch die schönste Prüfung ist unser Geschmackstest. So erforschen wir sogar die Zutaten des guten Geschmacks. Die Natur gibt uns so viel. Deshalb geben wir es ihr zurück, indem wir ihre Ressourcen schonen und unseren Strom aus Sonnenenergie und Wasserkraft selbst herstellen. Was uns alle verbindet, ist die Liebe zur Natur und den Menschen, die unsere Produkte schätzen. Von Generation zu Generation. Eine Familie. Ein Unternehmen. Schon immer auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Salus. Unsere Kraft liegt in der Natur.